so wir haben jetzt sechs von acht sam die letzten beiden findet ihr hier dafür braucht ihr aber das lied die resonanz um die letzten beiden samen zu kriegen das weiteren ist hier noch ein port hier dann kommt hier nämlich da wieder raus wir können von da nach da porten es ist günstiger das läuft dann durch den brunnen hier macht man da spart ihr euch den weg herum zu reiten dieser letzten beiden samen hier die die resonanz spielen und dann bekommt ihr letztes bein samen hallo zusammen wir sind heute mal zurückkehrt nach rolle die ersten sechs samen die 2 dd den die findet ihr alle so auch den dass diese dann einfach zu finden die den ein zeige ich euch noch hier das war hier genau hier wart da müsst ihr in den zogen residenz spielen deswegen bin ich heute mal zurückgekehrt weil den zogen hab ich jetzt so kommt ihr nicht an den letzten beiden beiden samen jetzt ran die stadt er fällt sie weg der eine und da ist jetzt weiter so so da habt ihr die zwei nicht auch die zwei jetzt sieben vor acht den einer der es den hole ich mir jetzt noch der ist hier in dem bereich so wie gesagt der letzte samen der ist jetzt hier er wird bei der meister im gebäude angezeigt aber der ist nicht im gebäude du müsst einfach nur an alle laufen ja nicht hier so und dann habt ihr alle acht von acht wie sagt hier zur statue geben da braucht ihr den zogen der ressonanz in zwei die findet ihr also die drei zwei mal 56 und sieben und der hier oben ist der achte die findet ihr alle so ganz leicht das ist kein problem